Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zu RECK zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Maxine bleibt gefälligst am Ball. Wie oft muss Chloe noch vor deinen Augen sterben? Vielleicht würdest du lieber, ach ich weiß nicht, dein Leben leben? Finde meine ganzen Bilder! Mein Herz ist zerbrochen! What? Mach ein Selfie, Nutte! Ja, uns gehen die Möglichkeiten aus. Auf zum Leuchtturm, Max. Warum willst du alle umbringen? Was hat die Welt dir getan? Biest. Was ist das hier? Holy shit! Guten Abend, Junge Max. Die Eichhörnchen reden mit mir. Aber wie tust du es? Samuel hat kein Handy. Hi Max, Rachel Amber hier. Ich wollte mich nur vorstellen. Wir sehen uns bald. Sehr bald. Du Schlampe, leg dich nicht mit Frank an oder mir. Hast du ein Leckerli? Wie? What? Max, dein Shooting mit Jefferson war der Hammer. Er hat dich total eingefallen. Wenn du willst, können wir zusammen kiffen. Max, wir haben ein Video, wie du Chloe eine Überdosis verabreichst. Es gibt keinen Kommen. Du kannst dich in keiner Realität verstecken. Unterschätze mich. Nicht verstanden? Was ist... Was ist hier los? Alles klar. Max, wenn du das hier liest, bedeutet, dass du bist tot. Äh... Kann ich davon kein Foto machen? Nee. Was... 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 Was geht hier ab? Was geht hier ab? What? Rachel, du wirst nichts davon verdienen. Ich werde nicht das Biss nehmen. Ich bin nicht. Was geht hier? Was? Ich denke, es ist unser Dark Realm. Es ist der einzige Ort, die ich wirklich sicher bin und sicher bin. Natürlich, Max. Ich kann dich immer wiederholen. Du kannst mir mein Model für Leben und Leben sein. Wir werden so glücklich sein in der Nacht sein. Häh? Oh, cool. Es hat funktioniert. Ich bin komplett gerade verwirrt und abgefuckt. Was? Äh, ich krieg gar nicht zu viel, ey. Zu Kate gehen wir gleich. Hä? Hey, Kate. Max, warum hast du mich verletzt? Welche Freund bist du? Du hast nie begonnen. Oder was mir passiert. Ich bin immer wieder. Jetzt bin ich meine Familie. Ich werde mich nicht alleine. Und das bedeutet, dass ich immer alleine sein werde. Dankeschön. Du bist. Kate, das ist nicht wahr. Ich habe immer deine Freundin. Schauspieler. Chauspieler. Schauspieler. Oh, was das... Ah? Hä? Äh, ich bin... Äh... What? Ich habe es vergessen, Freunde. Verlust die Gäste! Also jetzt mal ehrlich... Das ist gerade ein wenig... Äh... Abfuckend. Ich gehe einfach mal durch jede Tür. Kann ja sein, dass es irgendwie so ein Secret oder so gibt. Ein Schlüssel? 2,18. Ja, warte mal. 2,18 war doch hier, oder nicht? Da ist 2,18. Ja, ich versuche das jetzt einfach mal... Ich mache es jetzt so, wie ich es will. In 2,18 reingehen. Habe ich gerade unsere Klamotten geändert? Ist das nicht unser Zimmer? Ja, ne? Oh. Warte mal, hat sich jetzt gerade alles geändert? Kelly Davis? Wer ist denn... Warte mal, vielleicht muss ich in Rachels... ...zimmer. Ja, muss... Jetzt sind wir Victoria? What? 2,21 würde ich jetzt mal schätzen. Einfach weil es Victorias Zimmer ist. 22? 21? Müssen wir jetzt in unser Zimmer? Ich glaube, jetzt müssen wir in Max Zimmer. Weil das ja alles so Fotos von Max sind, glaube ich mal. Oh. Was? Was? What? Als ob... Nee. Einfach nee. Kommen wir auch nicht raus. Okay, im Max Zimmer. Okay. Ich bin nicht raus. 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 Und das will ich gleich... Also, wenn ich... ...gerendert habe, beziehungsweise... ...im Schnitt will ich das einmal alles vorspulen. Also, so... ...halt... Ihr wisst, wie ich das meinen. ...nochmal andersrum abs... ...spielen. Damit ich höre, was die sagen. Das wäre... Oh. Vielleicht schneide ich das Ganze am Ende des Parts nochmal ran. Oder dann... ...jetzt... ...hier... ...gleich... ...nach meiner Aussage. Ich würde jetzt sagen, wenn ich's nicht vergesse, mache ich's... ...Jetzt. Du... ...hier... Ansehen. 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 What? Also, reden kann ich mit denen ja nicht. Alles klar. Hier kann ich auch nicht rein. Okay. Ich glaube, die sagen einfach nur das... ...was sie... ...am ersten... ...Tag so gesehen auch gesagt haben. Ich kann dir doch locker irgendwie ein Bild machen. Ich brauche noch ein Bild von... ...SMS. Wie schwer ist es, ein... ...beschissenes Selfie einzureichen? Ja, das ist eine gute Frage. Go, Abe. Moment. Wahrscheinlich muss ich ein Schließfach... ...von einem der... ...ääh... ...der Apes... ...oder so... ...fotografieren. Aber ich kann ja kein Schließfach fotografieren. Ja, das ist cool, dass sogar die Schrift... ...und so alles andersrum ist. Das ist voll cool. So, und noch fünf tödlichen Zigaretten, sag ich mal. Oder Rauchen... ...Ende tödlich. Muss ich noch ein Bild machen. Ansehen, ansehen. Ich kann wirklich alles nur ansehen. Ich kann ja auch ein Bild von einem... ...Sportler einfach nur machen. So. Oder was? Oh. Okay, Moment. Was sind die letzten beiden Bilder? Flaschen und halt... Okay, dann renne ich, glaube ich, nochmal zu den Spinden. Weil hier stand gerade, dass ich nur Tab drücken muss. Dann kommt das Foto. Weil klar, ist ja alles falsch rum, ne? Ist einfach irgendwie an den Spinden vorbeilaufen. Ganz nah. Oder so. So. Oder halt gleichzeitig auch nochmal an den Menschen vorbeilaufen. Vielleicht muss ich ja wirklich ein Bild von einem Sportler machen. Das kann natürlich auch sein. Alles klar, kommt unten kein Tab oder so. Nee. Nee. Okay. Vielleicht kommt das doch erst gleich irgendwie später. Ich glaube, ich muss auch wieder ins Klo rein einfach, ne? Ha, alles klar. Wo kommen wir jetzt hin? In die Galerie. Don't try to hide, Max! Get over here! Let me capture you! Jefferson is coming after me, gang. Max! No! You used to be so pure, so innocent. Now, you have to die. Please understand, Max. The only place I can be my selfie is in the dark room. I can't believe you let that hillbilly murder me in cold blood. Maybe I'll be safe in the lighthouse. What? Maybe I'll wake up to your spark, Max. I thought I could be your professor. For life. Okay. Okay. Oh, Max! Oh, Max! Come here. Come here, Max. Class is dismissed. I miss those days when you looked at me in class with those wide eyes. I want to be your professor again. Was ist hier los? Was ist hier los? Hier kann ich irgendwo bestimmt ein Foto machen. Max, wo bist du? Max, komm raus zu spielen. Komm raus zu spielen! Komm raus zu spielen! Stopp! Waren? Komm raus zu spielen! Waren? Ape, Ape, Ape! Wer will Ape? Ape, 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 Ape! Was ist hier los? Waren? 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 Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ich hätte gerne das Foto! Ich hätte gerne das Foto! Was ist denn hier? Chloe ist ein Lose. Just wie du, Max. Es ist ziemlich irgendein, dass ich richtig bin, dass ich alles richtig bin und du endest zerstörst die Stadt. Was ist denn jetzt? Ich habe herausgefunden, wer durch meine Foto ging. Geh in das Auto! Ich bin David Mattson auf der Scheiße. Max! Ach, schade. Ja, wo ist denn das Foto? Das muss doch hier jetzt sein, oder nicht? Muss ich vielleicht Nathan fotografieren? Das kann natürlich sein. Ha! Ich finde das Bild nicht, Leute! Du dachtest, dass ich mich verabschiede, Kate. Aber ich helfe sie! Was hast du dafür gemacht? Alles klar, überlassen wir es dabei, Leute. Kriegen wir das Bild vielleicht nicht. Ich werde dich öffnen, Frank! Geht Frank jetzt auch noch? Wer noch? Oh! Oh nein! Botteln! Das könnte hell sein. Ah! Müssen wir jetzt auch wieder alle Flaschen sammeln, oder so? Alles klar! Niemand will mir helfen, Max. Diese sind nicht zu schwer zu finden. Es ist Zeit für dich zu sterben, Skank! Wieviel brauche ich denn? Wann bekomme ich schlechte Botteln-Karma? Was? Du musst hoch, wie Rachel! Willst du ein paar Drugs? Eigentlich müsste ich ein paar drüben, aber ich will auf jeden Fall noch die... ...flaschen hier machen. Wann ist noch eine weitere? Ich komme weg! Der Fassung auch! Noch weiter! Danke! Oh! So! Boah! Boah! Es ist aber locker nicht die letzte. Beim Bus ist bestimmt noch eine. Ach komm Jefferson, geh weg. Warum schaust du mich so? Lol. Einfach mal hinsetzen, Leute. Denn, jetzt beenden wir den Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Was ist das für ein Shit ohne Witze, Leute? Was ist das? Gut, ja. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich hoffe, dass er gerade nicht übersteuert ist. Ist sogar voll leise. Ich mach das ja das nächste Mal fünf Kilometer vom Mikrofon entfernt. Haut da rein.